Ragnarok findet ihr jetzt für 24,99 Euro im Pico Store. Ja, harte Wikinger Riffs warten auf euch. Ein Workout, Spaß, Musik, Rhythmus, alles schön zusammengepackt. Und warum das Spiel so gut funktioniert, das habe ich mir natürlich jetzt nochmal für euch angeschaut mit der Pico Version. Ja Leute, ich bin in Ragnarok. Das Spielen von Ragnarok ist eine körperliche Aktivität. Das werdet ihr gleich sehen, auf jeden Fall. Ich soll mich auf jeden Fall aufwärmen. Okay, ich wärme mich mal so ein bisschen auf, wie man das bei jedem anderen Workout auch tut. Ja, das muss reichen. Und ich habe gar nicht gedrückt, okay. So, ich bin im Menü und ja, Auflösungsfrage ist angepasst. Also bis jetzt sieht es nicht schlecht aus, sage ich mal so. Flimmern hält sich hier ganz arg in Grenzen. Und wir könnten hier andere Sprachen auswählen, wenn ihr gerne möchtet. Aber wir nehmen natürlich, ach so, ja, kommen sie wieder zurück. Deutsch natürlich. Also Deutsch ist drin. Ach guck mal, jetzt noch mehr Italienisch, Französisch, Englisch. Also es sollte für jeden was dabei sein. Und jetzt geht es los. Ja, es gibt kein Beat Sabber. Das ist leider so, ne, auf der Pico. Es gibt, ja, dafür Ragnarok. Okay, Auflösung. Ist sie? Ja, ich finde, es sieht okay aus. Also es sieht jetzt irgendwie nicht mega blurry aus oder so. Also ich glaube, so habe ich es in Erinnerung behalten. Jetzt so nach oben schaue. Ja, die Schrift, die war schon immer so ein bisschen unruhig. Das muss ich sagen. Okay, so, was haben wir? Pico, so öffnet man das Menü. Pico, Menü-Taste, drücke auf die Menü-Taste auf dem linken Controller. So, öffnet, ach so, ich bin ja im Menü. Ich bin auch doof, ne? So, das ist mein Benutzer. Ich kann auch einen neuen anlegen. Wenn ich gerne möchte, ne, dann haben wir Ton. Alles auf volle Pulle hier. Also wirklich ein bisschen sehr unruhig hier die Schrift. Aber man kann sie lesen. So, Vibration, die kann man sogar testen. Standard, was gibt es noch? Deaktiviert. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich will es wieder aktivieren. Hallo. So, Standard. Haptisches Feedback aktivieren. Okay, das ist neu. Das kenne ich gar nicht. Standard, Heimat, Frequenz, Runen. Okay, man muss das hier so ein bisschen höher halten, damit man hier diesen Pfeil trifft, ne? Standard, Heimat. Okay, da kann ich jetzt nichts ändern. Geht da auch ein Test? Mach mal. Okay, also ich kann hier verschiedene Sachen ein... Ich lasse das mal so, ne? Das ist ganz cool, glaube ich. So, Sprache hatten wir schon. Latenz kann ich einstellen. Falls das nicht passt hier mit dem Draufhauen nachher. Latenz anzeigen könnt ihr auch. Trommel, Klang, Kompensierung. 70 Prozent. Ich lasse es einfach so. Intro kann man überspringen. Hände kann man auch verstecken, wenn ihr das möchtet. Und das ist dann halt das Menü. Man kann Solo spielen oder auch in Mehrspieler. Und es gibt ein Tutorial, ne? Ganz, ganz klar. So, zerschmettere die Rune, ne? So spielt man. Hier steht das auch nochmal alles. Könnt ihr euch alles durchlesen. Ist lesbar, aber jetzt nicht so mega knackscharf die Schrift. Also ist leicht am flimmern. So, hier sind meine Hämmer. Kann ich mir aussuchen. Aber ich habe natürlich erstmal nur den einen. So, es gibt auch schon DLCs. Leider noch nicht auf der Pico. Aber die haben den Weg sogar schon mal auf die Pico geschafft. Die mussten aber wieder weg. Ja, also es ist so ein kleiner Screenshot aufgetaucht aus dem Store. Dort war Ragnarok zu sehen mit DLCs. Also es kann sich, ja, also nicht mehr ganz so lange dauern. Es kann jetzt ziemlich schnell gehen, dass es demnächst auch DLCs auflaufen. Ich hoffe es natürlich. Okay, das ist das klassische Package für 25 Euro. Und wir schauen trotzdem erstmal nochmal ins Tutorial, obwohl ich es erkenne, ne? Okay, so, das ist das Tutorial. Also es ist ein bisschen schief hier, ne? Also mit der Hand hier, okay. So, das müssen wir deine Größe und den Spielbereich kalibrieren, ja? Mach das mal. So, schau bitte gerade nach vorne und bewege dich nicht. Perfekt, okay. So, weiter geht's. Das war schon alles. So, Tutorial. So, wir haben hier die Hämmer. Hier haben wir die Seiten. Diese Seitengeschichte, ne? So, das ist eigentlich schon Ragnarok, aber es sieht optisch eigentlich okay aus, muss ich sagen. Also hier flimmert jetzt irgendwie nichts oder so, ne? Ist schön bunt. Okay, so, weiter. So, zerschmettere die Runen mit dem Hammer natürlich. So, zack, zack, zack. So, klappt wunderbar, ne? So, das Ziel ist es natürlich, dass das Schiff, ja, so mehr Runen ich umso perfekter treffe, dass es weiter und schneller nach vorne geht. Gibt's natürlich Medaillen für, ne? So, trifft die Runen, wenn sie genau im Zentrum der Trommel sich befindet. Also nicht vorher und nicht nachher. So, bereit, dann spielen wir das. Okay, so, jetzt kommt ein bisschen was. So zum Üben, ne? Also. Zack, perfekt, habt ihr gesehen, ne? Perfekt, perfekt, perfekt. Meister würde ich das hier mal nennen. Oh, das war nur gut. Perfekt. Perfekt. Fühlt sich gut an. Perfekt. Und jetzt kommt ein sogar Doppelte. Was denn nur gut? Was soll das? So, der Runenaufdruck auf der Trommel gibt an, ob du sie im Vergleich zum Rhythmus zu früh oder zu spät getroffen hast. Das seht ihr hier, ne? So, trifft die Rune, wenn sie genau im Zentrum der Trommel befindet. Und dann gibt es ja dieses Goldene, dieses Perfekt, habt ihr gesehen. So, und jetzt mit Musik, aber klar, doch. So, jetzt das Ganze mit Musik natürlich. Ragnarok. So, hab ich geschafft. So, trifft eine perfekte Runensträhne. Und dann gibt es ein Kombo, ne? Und den kann man jetzt hier auslösen an der Seite. Und da sieht man dann, wenn hier so eine blaue Leiste an dem Griff, ja, vollgeladen ist, ne? So, seht ihr jetzt hier? Und jetzt kann ich hier so. Oder auch noch nicht. So, jetzt kann ich's. So, schlage ein der Schilder an der Seite. Und jetzt seht ihr, ne? Jetzt kommt hier so ein Wusch. Und jetzt habe ich so ein bisschen Kombo-Power hier. Also, ihr seht mit dem Perfekt, das klappt nicht immer, ne? So, um einen steckeren Kombo-Bonus aufzuladen, solltest du den Bonus der ersten Stufe nicht einsetzen. Und stattdessen eine längere Strähne. Das wusste ich gar nicht. Das ist doch für mich neu, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, äh, im Falle an größerem Geschwindigkeits-Boost. Okay, dann machen wir das mal. Dann wird das hier wahrscheinlich gleich auch nochmal ein bisschen auffüllen. So, ah, jetzt leuchten die komplett. Das kenne ich, das konnte ich wirklich von vorher nicht, ne? So. So, gute Arbeit. Jetzt bist du bereit, um deine Mannschaft zum Sieg zu führen. Okay, dann mache ich doch glatt. So, um deine Darbietung zu verbessern und dann spielst du ihn anzupassen, kannst du mit Hilfe der Anstellung, die vor einem Rennen auf einem Boot verfügbar sind, dann in der Mitte die Höhen der Trommel und den Winkel der Hämmer anpassen. Das kannst du in diesem, äh, kannst du, äh, kann man jedes Mal machen. So, ist egal. So, weiter. Los geht's. Achso, da war das jetzt hier, ne? Das zeige ich euch dann nochmal. So, ja, wie gesagt, Mehrspieler geht auch. Das machen wir jetzt erstmal Solo. So, und ja, das war dann eigentlich alles. Ist das Package für 25 Euro, wie gesagt. So, und das ist alles drin. So, wir haben hier die Karte. Was haben wir hier? Taktlinien anzeigen. Ja, nein. Ich lasse es aber jetzt mal aus. Runenfarbe. Ihr könnt ja auch die Farben einstellen. Ach, das kenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich kenne das nur mit diesem Blauen. So, ich lasse das jetzt auch so. Modifikationen könnt ihr auch einschalten. Da gibt es wahrscheinlich mehr Punkte, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ne? Also die Geschwindigkeit könnt ihr einstellen. Eigene Runen, Geschwindigkeit, gespiegelte Runen und was weiß ich. So, Karte ist Standard. Dann gibt es Midgard, Alfheim, Niederlvir, Asgard, Musbelheim, Helheim, Lair. Okay, Lair kenne ich nicht. Ja, das sind die Karten, auf die ihr spielen könnt. Ich nehme mal an, hier sucht er sich dann irgendwas aus, was zum Lied gehört. So, das ist die Trackliste, die wir haben. Auch hier die Schrift leider ein bisschen, ja, aber das kenne ich auch, wie gesagt, von der Quest, ne? So, erste Ausgabe haben wir hier. Zweite Ausgabe ist drin und Favoriten sind drin. Favoriten muss man hier natürlich setzen und das geht wie folgt, indem ihr hier auf das Sternchen drückt und jetzt habt ihr die hier in den Favoriten drin. So, eigene Lieder, was das ist, muss ich lügen. Künstler, Schwierigkeitsdatum, sortieren nachher, hier kann man sortieren, guckt mal. Aber was ist das mit den eigenen Liedern? Ach, das ist wahrscheinlich wegen, wenn man eigene Lieder einbauen möchte, ne? So, nehme ich erstmal hier wieder raus. So, wie gesagt, das sind jetzt die ganzen Lieder. Ich habe die alle schon mal gespielt. Ich spiele natürlich jetzt nicht alle. Also es ist eine Menge drin für 25 Euro, seht ihr, ne? Also, da habt ihr ein bisschen was zu tun. Wir fangen jetzt einfach mal ganz oben an auf einfach, ja? Ich zeige euch jetzt erstmal das erste auf einfach, geht 3 Minuten 30 und dann schauen wir mal. Wenn ihr die anderen, die da auch noch alle sehen wollt, wie gesagt, ich habe mehrere Ragnarok-Videos auf meinem Kanal. Zwar nicht mit der Pico, aber es ist ja die gleiche Musik. So, jetzt kann ich hier, wie gesagt, gegen Geisterspieler spielen. So, da könnt ihr jetzt aussuchen, ne? Top-Freunde. Komm, einen Freund habe ich da sogar. Oh, das ist nicht verfügbar. Top-1-Lied, 4000 Meter. Persönliche Bestation gibt es natürlich noch nicht. Zehn Ränge über mir. Das gibt natürlich alles noch nicht, weil ich habe ja vorher noch nichts gemacht. So, können wir den? Kann ich auch nicht. So, den kann ich jetzt nehmen. So, der hat das jetzt, äh, der hat 4049 Meter gemacht. Auch hier ist die Schrift leider wieder, ja, relativ schlecht zu lesen. Tut mir leider leid. Ist so. So, Trommel-Hämmer-Einstellung. Das machen wir jetzt mal. So, definiere deine Mitte neu, indem du gleichzeitig auf den linken und rechten Trigger drückst. So, das ist meine Mitte jetzt hier, ne? So, das machen wir jetzt mal. Zack, so, jetzt bin ich wieder in der Mitte. So, verwende den linken rechten Joystick, um die Trommeln anzupassen. So, das ist jetzt der linke oder der rechte, ist egal. Könnt ihr die höher oder ein bisschen tiefer machen, ne? Könnt ihr hier so ein bisschen üben, wie euch das am besten gefällt. Wie ihr meint, das ist ganz, ganz gut für euch. Das finde ich okay. So, verwende den linken rechten Joystick, um die Hämmer anzupassen. Jetzt könnt ihr die hier so in den Winkel drehen. Seht ihr das? Zack, zack. Aber ich finde das so schon okay. So, es gibt sogar fortgeschrittene Optionen. Könnt ihr ganz viel einstellen. Hier guckt mal. Ja, also da könnt ihr dann wirklich, geht das hier vorne auch? Da ging das nicht. Okay. So, das geht nur bei den, ähm, Hämmern. So, definiere die Position deiner Komboschilde neu, indem du eins von ihnen aufnimmst. Okay. Wie soll ich die denn aufnehmen? Achso, einfach so, guck mal hier. Jetzt kann ich mir die so setzen, wie ich das gerne möchte. Nö. Obwohl, noch ein bisschen näher wäre nicht verkehrt, ne? Passt. So, ich finde das gut. Okay, dann würde ich sagen, wir starten durch. Ich mache ein bisschen lauter. Das muss man ja laut spielen, ne? So, nicht leiser, lauter. So, Lied 1 auf einfach. Ist natürlich jetzt keine Herausforderung für mich. Jetzt hat er wieder große Schnauze. Nein, ich funktioniere da nicht. Und welcome to Asgard. Lied 1, Ragnarok auf der Pico. SO, Lied 1, Ragnarok auf derte. So, Lied . So, Lied 1, Ragnarok auf dem Kopf. Das war's. 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 Das reicht für Gold, ne? Das ist Gold, das ist Gold, das ist Gold. Ich hab's geschafft. Komm, Gold, ne? Yeah, Gold. Gut, ich hab den anderen natürlich jetzt nicht geschlagen, mein Geisterschiff hier. Und so, das war's. Und so, wir werden das nächste Lied, Neustart, Trommel und Hämmer, Einstellungen. Wie kommt man denn wieder? Da ist Häuschen, ne? Okay. So, Leute. Das war Lied 1 auf einfach natürlich, ja? Das ist natürlich jetzt keine Herausforderung. Aber ich hab mich trotzdem zwischendurch mal ein bisschen verhauen. Aber ich hab mich trotzdem zwischendurch mal ein bisschen verhauen. Und ich würd' sagen, wir machen gleich das zweite Lied. Und das machen wir jetzt mal ein bisschen schwerer hier, ne? Guck mal, ich hab'n Hammer bekommen. Irgendwas hab' ich hier bekommen. Schau'n wir mal. Ja, hier ist mal ein Drücken hier, ne? Okay. Okay, das sind dann, wie gesagt, da oben, das ist das von den, ähm, sag mal schnell, von den DLCs. So, jetzt sind wir den, ne? Okay, krieg ich einen neuen Hammer. Und wir machen das zweite Lied mal auf Mittel. Das hat jetzt drei Sternchen. Oder, was weiß ich, drei Hämmer, keine Ahnung. So, und dann haben wir hier Join the Riot, Paddy and the Reds. So. Das passt ja noch, ne? Ich hab' das Problem mit links, ne? Also ich bin ja Rechtshänder. Am besten kann ich so spielen, weil mit links, da hab' ich nicht ganz so viel Taktgefühl, ne? Okay. So. Top 1 Lied. Ähm, ich guck mal, wie man das hier wieder ändern kann. Ja, es geht ja nur das. Anders geht's ja nicht, weil, äh, ich hab' ja das noch nie gespielt. Okay. So, ich würd' sagen, ab davon. So. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017